Ein Gewinnspiel, das halt da endet und zwar gibt es ein Minecon Cape zu gewinnen, wirklich ein einmaliges Cape, was man eigentlich nur auf der Minecon bekommt. Hey Leute, ich bin Willi und willkommen zur weiteren Folge Skywars. Heute spiele ich das Ganze zusammen mit dem Dr. Banks. Hallöchen! Hallo! Und zwar gibt es in Skywars ein richtig großes Update hier. Erstmal gibt es 18 überarbeitete neue Kids. Hier sieht man unter anderem, dass zum Beispiel auch in der Dea-Rüstung viel geändert wurde. Man hat jetzt wirklich eine komplette Dea-Rüstung und hier wurde halt an sich viel geändert, es wurden neue Kids hinzugefügt und jetzt geht es auch schon gleich los. Und ja, unter anderem sind wir hier jetzt auch, liebe Freunde, auf einer neuen Map. Es gibt jetzt auch 10 weitere neue Maps und jetzt auch Teams. Das heißt, es ist jetzt so quasi ein richtig großes Update hier. Ben, die Rüstung lasse ich dir mal hier in der Kiste, okay? Nein, also ich gönne mir gleich mal alle Diamanten. Okay, alles klar. Ich habe eine Spitzhacke. Welches Kit hast du ausgewählt? Ja, wir haben wahrscheinlich das gleiche genommen. Ich habe das mit der Dea-Spitzhacke gegangen. Echt? Ne, ich habe eine aus der Kiste aus Lack bekommen. Ich habe eine volle Dea-Rüstung. Schau mal, Ben, direkt schon. Alter, gönn dir. Ja, gönn dir. So, hier oben ist eine Kiste. Das heißt, es gibt jetzt wirklich richtig, richtig viele neue Maps, Leute. Und jetzt gut aufgepasst. Jetzt wirklich für die Suchtis unter euch. Es gibt bis zum 8. August, das heißt gestern, ein Monat wirklich genau lang, ein Gewinnspiel, das halt da endet. Und zwar gibt es ein Minecon-Cape zu gewinnen. Wirklich ein einmaliges Cape, was man eigentlich nur auf der Minecon bekommt. Und das ist auf jeden Fall eine richtig krasse Sache, auf jeden Fall. Und da ist auf jeden Fall der Platz 1 der Sieger dann. Oder kannst du mir einen Schwer machen, Ben? Ja, ich mache zwei. Aber man muss echt dazu sagen, das klingt jetzt vielleicht so, Minecon-Cape, was will ich denn mit einem Cape? Aber ohne Witz, Leute. Jeder, der das kennt, würde euch dafür beneiden. Einfach jeder. Ja, das stimmt. Weil das ist, die werden locker bei Ebay für richtig viel Geld vertickt, kann ich mir vorstellen, dass es einfach, also wenn das geht, weiß ich gar nicht. Aber die sind halt einzigartig. Also muss ich vorstellen, das hat man wirklich nur, wenn man auf dieser Minecon war. Sonst kriegt man das halt nicht. Ne, das stimmt, das stimmt. Außer halt, also ich denke halt mal einfach, dass halt Gomme seins weiterverlost. Ja, ja. Deswegen können die das halt verlosen. Und das ist halt echt übertrieben einmalig. Übrigens deckt sich da einer so komisch hoch. Ja, ich habe auf jeden Fall schon einen. Ähm, okay. So, einen habe ich. Der andere darf mich jetzt nicht runterboxen. Der stimmt also. Der eine ist oben auf diesem Backstein. Oh ja, ja. Der darf mich nicht runterboxen. So. Dann habe ich auf jeden Fall schon direkt das Team und ich muss hier hoch. Jetzt baut er den Weg. Oh Mann. Soll ich das von unten abbauen? Ne, warte, den bekomme ich auf jeden Fall. So, da habe ich ihn. Sehr schön. Nice, der Gell. Nice. Entschuldige mich, falls Dr. Banks ein bisschen leise ist. Da gibt es noch ein paar Probleme. Ähm, seinerseits. Nein, Spaß. Ja, mein PC ist halt brandneu und das ist die erste Aufnahme mit meinem neuen PC. Und wir haben die Zeug-Einstellung. Ich habe übelst lange gebraucht, bis ich es hinbekommen habe, dass ich überhaupt ordentlich hören konnte. Also, es ist ein bisschen tricky. Also, falls es nicht optimal hinhaut, da ist es nicht so. Da ist es, äh, geht mir halt wieder hin. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, deswegen, Leute, sucht jetzt bis zu Platz 1. Der Platz 1 bekommt wirklich einen Mineconcape. Und an sich finde ich das Update wirklich richtig cool, weil ich den Spielmodus auch mag. Und, ja, es leben jetzt noch neun Spieler, Ben. Ich würde sagen, wir bauen das gleich mal rüber. Ja, echt? Ich habe, äh, gar keine Leider. Ich habe Feuerschutz. Bringt mir ja gar nichts. Oder fast gar nichts, eher gesagt. Okay. Guck, 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 guck. Oh, hallo, Ben. Du kannst mich jetzt leicht abbauen. Ich bin eine Schildkröte, yeah. Ich habe, äh, das Schildkröten-Achievement bekommen. Die Achievements wurden natürlich neu zurückgesetzt. Und, falls sich jetzt auch manche fragen, ja, ähm, okay, die Premiums haben jetzt einen viel besseren oder größeren Vorteil. Nee, die Sets wurden auch zurückgesetzt. Das heißt, jeder hat den gleichen Vorteil. Und, ja, so, du brauchst hier jetzt die Dias. Aber hier war auch, glaube ich, keiner, ne? Nee. Und du musst dich jetzt gleich rüberbauen, weil ich habe keine Blöcke mehr. Okay? Ja, ich habe Blöcke, aber ich muss erst mal... Okay, so. Alles klar. Ich kann... So, hier die Kisten, jawohl. Snacken, da habe ich aufhine. Die Sache ist halt, ähm, also man muss auch realistisch sein. Man muss dann mit halt krass suchten müssen. Also, da ist so mit zwei, drei Spielen oder so, also da muss man schon so jeden Tag zwei, drei Stunden mindestens. Oh ja. Also, ihr müsst euch am Anfang an klar sein, dass ihr halt krass investieren müsst. Also, ihr müsst halt am... Ich schätze mal pro Tag schon drei Stunden zocken. Oh ja, auf jeden Fall. Weil, also, um weniger braucht ihr es halt eigentlich gar nicht probieren, weil dann werdet ihr sowieso nicht gehen. Nee, nee. Also, ich schätze auf jeden Fall eher, ja. Weil es gibt halt Leute, die hauen dann halt richtig rein und ballern richtig die Games raus und so. Oh ja, das stimmt. Und dann... Es ist, glaube ich, gar nicht so wichtig, dass man alles gewinnt oder so. Hauptsache, man zockt viel. Das ist halt wichtig. Ja. Weil früher oder später... Wobei natürlich viel Gewinn schon ein Vorteil ist, aber... Oh ja. Nee, es kommt sogar, glaube ich, äh, nee, die, ähm, Rangliste geht... oder hängt da von den Winds ab. Okay, Ben, Achtung, ne? Naja, ich hoffe, die haben keine Rücken oder so. Oh, 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 oh. Aber ich habe Enderperlen, hätten wir das mal so gemacht. Ja, ja, ja. Komm zurück, komm, komm, Enderperle, Enderperle, Enderperle. Ja, hier, komm, nimm die. Hinter die, hinter die, hinter die, hinter die, hinter die. Okay, so, wollen wir uns gleichzeitig rüber teleportieren? Ja, ja, kommt drei. Okay, zwei, eins. Eins. Jetzt. Go. Okay, Alter, nice, 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 nice. So. Leute, haben die gar nicht gecheckt. Nee. Okay, wir können uns, glaube ich, hitten, ne, oder? So, der eine ist auf ihn verdauen. Ich habe gerade sechs, wenn ich... Leute, er legt sich. Alter, ja, der hat geleckt. Und, nice, den hast du auch. Ganz kurz. Nee, wir können uns nicht hitten, alles klar. Gut, es sind... Ich war mir gerade nicht sicher, dass... Ja, das stimmt. Okay, nice, nächstes Team haben wir. Das sind gleich die nächsten zwei. Und ich finde wirklich solche Teamkämpfe richtig cool. Eure Meinung könnt ihr auch gerne zu dem Update in die Comments schreiben. Gold, Apfel, stacken wir uns. Kommst du? Komm, Stibeln? Warte, ich mache mal kurz ein Diapanzer. Der ist schon wichtig. Okay, nein, der stackt sich jetzt hoch. Ja, soll ich einfach schon mal was riskieren? Soll ich uns angeln machen? Ach, Ben, Mann, wenn du jetzt schon da wärst. Ja, ich bin da. Okay, okay. Aber wenn ich jetzt eine Angel hätte, Mann, die wären so fällig. Oh ja, warte mal, ich schaue mal im Inventar. Nee, da habe ich nichts. Ja, ich kann mir... Ich mache mir schnell eine. Ja, behalte ihn mal im Auge. Ja, ups, Alter. Ich mache dir auch gleich eine mit. Okay, so. Ja, die bauen sich da oben was. Alter, was soll denn das? Sehen wir jetzt noch vier Spieler? Bauen sich da an der Bom, oder wie? Eine was? Warte, fuck. Äh, nee, Ben. Ich weiß jetzt nicht, was das ist, aber ich habe das bei dem aufgeschnappt, deswegen dachte ich mir, jo. Ach so. Behalte ihn mal im Auge. Ich mache mir jetzt schon mal schnell die. Ah, fuck, fuck, fuck. Und? Nein, Alter, ich war fast runtergeflogen. Oh, Ben, Alter. Alter, oha. Und jetzt kannst du versuchen, mal die runterzuschlagen, aber ich glaube, das geht ein bisschen schwieriger. Ja, aber die sind so hoch, Alter, diese... Ja, ja. Ich darf nicht runterfliegen, Alter. Nee, nee, lass mich das mal das Raskante machen, besser. Nee, nee, nee. Ja. Äh, so. Okay, ich brauche hier auf jeden Fall zu. Komm, mit der Steuerung auch noch nicht so klar, weil ich die Maussteuerung noch nicht einsteigen kann. Ja, ja. Und? Der eine ist runtergeflogen? Nee, der ist nicht runtergeflogen. Runtergeflogen. Okay, komm. Alter. Einen habe ich, einen habe ich. Du kannst nach vorne gehen. Okay, sehr schön. Und? Ich hoffe, du stirbst jetzt nicht. Komm, komm, komm. Kein Problem. Alter, nice. Ich habe 200 Herzen noch. Oh. Okay, cool. Ja, ich habe beide so ein bisschen gehittert. Wir haben die Skybox-Runde schon gewonnen. GG und Fairplay habe ich auch schon bekommen, das Achievement. Sehr nice, liebe Freunde. Ey, das ist Klausi. Gut, game. Klausi ist doofy. Moin, Klaus. Okay, okay. Oh, Mann. Okay, gut. Ja, auf jeden Fall richtig geil. Ihr könnt euch auch nochmal alle Kits anschauen. Die wurden echt krass überarbeitet. Haben jetzt auf jeden Fall mehr Vorteile. Auch zum Beispiel jedes einzelne Kit. Und das war es ansonsten hier zum, ja, großen Update in Skybox-Shop. Beim Dr. Banks ist auf jeden Fall vorbei. Das war es. Haut rein und ciao. Tschüssi.